Hi, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin, wie immer, Philipp Ruland, Psychotherapeut, Traumatherapeut sowie Lehrtherapeut für Systemaufstellungen aus Saarbrücken. Heute ein Video von meiner cognacfarbenen Couch mit dem Thema drei zentrale Ängste, die Traumapatienten in Therapie haben und die sie ganz oft hindern in Therapie zu kommen und zu heilen. Die erste Angst, die Traumapatienten und Menschen mit schweren Biografien immer haben und wirklich immer haben, ist die Angst, am alten Erlebten vorbeizukommen. Das heißt, die Menschen befürchten, mit ihren alten Wunden konfrontiert zu werden und diese Konfrontation, zum Beispiel die schwere sexuelle Gewalt, die schwere physische Gewalt oder die Erniedrigung und die Beschämung, die sie in der Kindheit erlebt haben, nicht zu bewältigen. Und das höre ich ganz oft in Therapien. Ich würde ja gerne weiter und tiefer gehen, aber ich traue mich nicht daran, weil ich Angst habe, dass mich das zerstört oder dass es so schlimm ist, dass ich es nicht aushalte, da hinzugucken, mich konfrontativ damit auseinanderzusetzen. Weil Traumatherapie heißt auch immer irgendwo ein Stück weit, dass man irgendwann eine Traumakonfrontation machen muss und wirklich in die schlimmsten Momente rein gehen muss mit EMDR zum Beispiel oder vorher angeteasert mit Aufstellungsarbeit und dann EMDR, um diesen Schmerz besser ins Gehirn zu integrieren. Und da sagen viele Leute, ich habe so furchtbar Angst davor, dass das so schlimm wird. Und da sage ich immer wieder eins, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass ihr in die alte Hölle nicht mehr absteigen wollt. Also ich kann die Angst, nicht mehr mit dem Alten konfrontiert zu werden und die Angst, das nicht auszuhalten, nachvollziehen. Aber die Wahrheit ist, ihr habt das alle überlebt. Wenn ihr jetzt das Video schaut und wisst, dass ihr traumatisiert seid oder den schweren Verdacht habt und euch gedanklich mit dem Material hier auseinandersetzt, dann habt ihr das Schlimme bereits seit Jahren überlebt. Ihr habt es durchgestanden und ihr habt darüber ein Leben aufgebaut. Und deshalb könnt ihr so gut euch auch diesen Content anschauen. Und deshalb seid ihr eigentlich auch schon bei der Beschäftigung fast stabil genug, euch dem Alten Schmerz zu stellen. Und das ist immer wieder die Realität. Das Alte ist das Alte und das war wirklich der Horror. Die Konfrontation im jetzt wird zwar schmerzlich, aber sie ist nichts zu dem, was ihr früher erlebt habt. Also dieses Argument, es bringt mich um, gibt es nicht. Und das knüpft gleich an den zweiten Punkt an, an die zweite Angst an. Die Menschen haben ganz oft Angst, dass sie sagen, ja, wenn ich mich jetzt hier in der Traumatherapie stelle, die alten Wunden aufarbeite. Das heißt wirklich, da tief reingehe, verliere ich meine Alltagsfähigkeit, dekompensiere total, kann meine Familie nicht mehr ernähren, werde arbeitsunfähig, kann meinen Job nicht mehr machen und falle völlig aus dem Raster. Und hierzu, diese Befürchtung, die höre ich allen halben. Ob ich irgendwelche Traumaretreats mache, ob ich mit Leuten individualtherapeutisch arbeite, auf meinen Aufstellungsseminaren, wenn wir Traumaaufstellungen machen, immer wieder kommt die Frage, ja, wenn wir wirklich ans Eingemachte gehen, habe ich so Angst zu dekompensieren, dass nichts mehr geht. Und hierzu kann ich euch ganz, ganz klar aus meiner therapeutischen Erfahrung sagen. Und ich arbeite wirklich mit schwerst Traumatisierten, mit Menschen mit dissoziativer Identitätsstörung, mit Menschen, die schwerste Gewalt erlebt haben. Dass jemand, wenn er anfängt, Traumatherapie zu machen, sich auf den Weg einlässt, völlig dekompensiert, ist von 100 Fällen vielleicht einer. Das entspricht ungefähr dem Versterbensrisiko bei einer Blinddarmsoperation. Also in 99 Prozent der Fälle, die ich in meiner Praxis behandle und ich behandle immer nur schwere Biografien, kommt es nie zu einer Dekompensation, dass die Leute über langen Zeitraum komplett arbeitsunfähig sind, die Familie nicht mehr versorgen kann, alles schief geht. Fakt ist, es kommt ab und zu mal zu zwei, drei schweren Tagen bei einer Traumakonfrontation mit EMDR, auch mal eine Woche, die extrem anstrengend wird. Aber langfristig gesehen habe ich noch nie jemanden gesehen, der sich in eine engmaschige traumatherapeutische Bearbeitung gibt und dann völlig aus dem Sattelfeld. Ein paar Tage, mal ein Knie nehmen, mal runtergehen, zu sagen, dass die Traumakonfrontation war hart, das kommt vor. Aber wenn Menschen sich auf den Weg machen, sich ihrem Schicksal zu stellen, sind die meistens seelisch so stabil, weil sie ja den Weg schon einschlagen, dass es nicht zu einer Dekompensation kommt und auch der Punkt eins, die Konfrontation mit dem alten Material ausgehalten wird. Der letzte Punkt, den ich dann auch ganz oft höre, ist, das wird ja nie gut. Ich werde ja nie gesund. Ich lerne damit zu leben. Gestern habe ich noch mit einer Kollegin geschrieben, die hat gesagt, naja, Borderline-Störung, Trauma-Folgestörung, da muss man lernen, mit zu leben. Da vertrete ich eine andere Meinung. Ich habe in meiner Praxis schon so viele Leute mit Persönlichkeitsstörungen gesehen, mit schweren Trauma-Folgestörungen, die über einen langen Zeitraum behandelt gesund geworden sind. Das heißt, sie sind unter die klinische Nachweisschwelle gefallen, dass irgendein Störungsbild vorliegt. So Dinge brauchen natürlich Zeit, aber auch einfache, schwere und sehr schwere Trauma-Folgestörungen können gut ausbehandelt werden oder oft auch so behandelt werden, dass sie unter die klinische Nachweisschwelle fallen. Also Traumatherapie heißt nicht, heißt natürlich auch damit leben lernen, aber heißt auch, sich nicht damit zufrieden zu geben. Also Trauma-Heilung ist wirklich auch was, was komplett möglich ist. Ich habe so viele Patientinnen, die schwere Inzestgeschichten erlebt haben, Menschen, die die ungeheure emotionale Gewalt erlebt haben, darüber Persönlichkeitsstörungen ausgeprägt haben, behandelt, erlebt, über Jahre begleitet und, wenn man das richtig macht, mit dem kompletten Methoden, Arsenal, Aufstellungsarbeit, Traumakonfrontation, EMDR, Hypnose-Therapie, werden die, wenn sie es wollen, deutlich besser und viele heilen sogar aus. Also Trauma-Heilung ist möglich und sollte auch angestrebt werden. Traumatherapie ist kein Verwahrgeschäft, sondern ein Heilungsgeschäft und es funktioniert auch in den allermeisten Fällen gut und es ist wirklich eine ganz hoffnungsgebende Sache. Also wenn du dich für meine Arbeit interessierst, lade ich dich gern wie immer zu meinen Aufstellungsseminaren ein. Da siehst du auch, wenn ich Aufstellungen mache, wie ich traumatherapeutisch arbeite. Du kannst irgendwie versuchen, einen Einzeltherapieplatz bei mir zu kriegen. Ist im Moment schwer, weil ich sehr ausgebucht bin. Kommt gerne auf meine Seminare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da, abonniere meinen Kanal, du unterstützt meine Arbeit. Vielen Dank fürs Zusehen und gerne bis zum nächsten. Tschüss.